Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty 2 mit mir, mit Bane. Ich habe eben mal nachgeschaut, es sind nur noch vier Messirten, die wir spielen müssen. Bergstein ist eine von den letzten vier und es wird immer schwerer und ich hoffe, dass ich jetzt nicht so oft verkacke. Ich habe auf dem Hüge den Arsch abfielen. Vorher vertreibt ihr die Deutschen aus dem kleinen Ort. Ich bin direkt dahinter. Er hat geschaut. Dem Autor. Neue. 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 Er schießt sie! Erster Stoff! Für ihn! Erster Stoff! Erster Stoff! Es läuft, es läuft! Hier hat einer die Amorteze ausgewiesen. Hey! Gib's dir jemand den Kuh! Ich muss nachhören! Der Deutschen! Wo ist der Staat? Er ist aufgeregt! Das ist das! So, wir können hier durch das Haus. Okay, wir können noch zehnmal nachladen. Okay, da ist Sergeant Randall. Okay, die Straße ist dicht. Wir müssen jetzt nach Osten. Und los! Osten, Mann. Wow! Wow! Oh Mann, Spock, gleich ein neuer Waffe. Ah, okay. Oh, was zieht die, ey. Scheiß Waffe. Ja, Leute. Jetzt seht ihr mal eine Vielfalt von Waffen, weil mir halt wirklich die Munition ausgeht hier. Ich bin ein neuer Waffen. Ja. Achtung! Achjaa! Nicht zum Schuss! Mg 42, Zurückfall! Scheiße, ob das Mg 42... Wie sieht das aus? Bitten Sie aus, wann die falschen Jäger einsatzbereit sind. Ficken Sie den Rollkarten! Sagen Sie mir, wie die Panzer sofort hier oben haben! Feint diese Granate! Auf mein Zeichen! Tür auftreten und Granate rein! Bereit? Jetzt! Warte! Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Los, los, los! Die Waffe ist da viel schöner! Die Waffe ist da viel schöner! Ah ja, endlich! Klar, der Rauch geht durch das Haus durch! Diese Waffe hat so eine Durchschlagskraft! Ich liebe sie! Deutsche Granate! Los, weg! Lass mich durch! Ich schieß den in den Kopf! Wir müssen die Kürzlöder auf! Aber nur mit! Nein! Einiges! Ist hier am Morgen! Der Mann wird auch der Kirche da! Irgendwie ist das Spiel gerade ein bisschen buggy. Bisschen Storch. So Leute, Entschuldigung für die Unterbrechung, weiter gehts. So Leute, Entschuldigung für die Unterbrechung, weiter gehts. So Leute, Entschuldigung für die Unterbrechung, weiter gehts. Man lernt die wahre Bedeutung des Friedens erst dann kennen, wenn man den Krieg erlebt hat. So Leute, Entschuldigung für die Unterbrechung.